Die zu veräußernde vollständig renovierte Einzimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Hürth. 1970 wurde das Mehrparteienhaus erbaut. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche sowie einen Keller. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Bei einer Wohnfläche von ca. 39 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 69.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Nachdenken Sie uns. は? Lichern? Woh! 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 Vielen Dank.